Die Explosion der sich zwei liebenden Flaggen Es waren einmal zwei Flaggen, sie lebten weit entfernt. Eine lebte auf der Erde und die andere auf dem Mond. Es gab einen riesigen Zusammenstoß, dadurch wurden sie zusammengebracht. Sie waren ganz weiß, doch plötzlich stolperten sie in einen Farbtopf hinein. Sie verbreiteten sich auf der ganzen Erde. Nun gibt es zum Beispiel die deutsche Flagge, ukrainische Flagge oder die türkische Flagge. Jetzt gibt es 138 Flaggen. Erst waren es weiße Flaggen, dann waren es farbige Flaggen und zum Schluss kamen die Zeichen drauf. Nun kam der erste Mensch auf die Erde und er entdeckte die Geschichte der Farben. Ende Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020